Ja, nach der Ruppertsklamm haben wir hier den ganz weltbekannten Fluss und schön wie die Leute hier mit der Natur umgehen Ironisch gemeint Und ich kriege langsam Hunger, ich habe nur so Kleinigkeiten gegessen heute Da hinten soll wohl eine Gaststätte sein, mal gucken was die so haben 9 Kilometer habe ich nur vor mir, das müsste ich eigentlich schaffen Ich weiß gar nicht wie viel ich dann genau habe, circa 30, 35 Heute habe ich Strecke gemacht, also noch nicht, aber das kommt noch Danach mache ich eine Wandertour mit so einem großen Boot Ich weiß noch nicht vorhin, aber der bekannte Fluss hier ist schon schön Ich weiß noch nicht, aber ich bin auch noch nicht Ich weiß noch nicht, aber ich bin auch noch nicht Bis zum nächsten Mal. 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 Ich bin hier am Merkur Hotel, oben ist viel los hier. Und guck mal, wie es weitergeht. Soviel zu den Eichhörnchen. So Leute, gleich bin ich im Braubach. Ich habe heute locker über 30 Kilometer geschafft. Ja, jetzt geht's los. Ja, mach beim Abweg jetzt ein bisschen langsamer und genieße diesen schönen Pfad. Dann habe ich mir verdient. Wir sind heute ein schönes Hotel und eine schöne Dusche. Was ein geiler Ausblick, Leute. Schutzhütte. Da oben komme ich bestimmt auch noch hin morgen. Drei Türme. Ich glaube, die Jagd hat begonnen. Die Jagdsaison. Und das ist ja ein Anblick. Unfassbar. Ja, wenn ich gleich unten im Dorf bin, bin ich heute 34 Kilometer gelaufen. Das war die beste Laufzeit, äh, Laufleistung im ganzen Lauf bisher. Bei der ganzen Wanderung. Das muss ich die nächsten Tage jetzt beibehalten. Sonst schaffe ich das nicht in elf Tagen. Na gut, wenn ich am letzten Tag auch noch 5 Kilometer laufe und dann nach Hause reise, wird das auch noch möglich sein. Bis zum nächsten Mal. Ja, super Tag heute. Ich habe viele Kilometer gemacht und ein Hotel gesucht jetzt im Dorf. Eins gefunden. Das war das vierte, bei dem ich angefragt habe. Alle waren ausgewucht, weil es Wochenende ist. Ist hier immer alles voll, haben wir gesagt. Und für 40 Euro in einem alten Fachwerkhaus. Mir gefällt es. Mit Frühstück. Und, ja, ohne Fernseher, gut, brauche ich nicht. Ne. Relativ spartanisch. Da wasche ich gerade meine Wäsche. Am Fenster können meine Schuhe auslüften. Und ein kleines schiefes Bällchen. Ja. Das ist mein Abendbrot, was ich mir gerade gekauft habe. An Salatbrötchen, Kiwi, Joghurt und Apfelschorle. Das ist für morgen. Nur Wasser, Energy. Und, ja. Was zum Knabbern. Ich zeige euch mal den Ausblick. Das ist also sehr alt, das Haus. Von 1600 irgendwas, sagt mir der Besitzer. Dusche. Dusche ist nebenan. Geduscht habe ich natürlich schon. War sehr angenehm. Nach zwei Tagen. Ja, und morgen will ich wieder eine gute Strecke machen. Also mindestens 30 Kilometer, denke ich. Werden drin sein. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wir haben 9 Uhr, haben schon die ersten zwei Strecken hinter uns. Ich sage wir, weil ich habe den Martin kennengelernt in Braubach im Hotel und wir gehen jetzt einen Teilabschnitt zusammen, soweit wir kommen, bis einer abhaut. Und ja, ich will heute noch circa 20 Kilometer, 25 Kilometer laufen. Vier, fünf Kilometer haben wir hinter uns, wenn nicht nur drei. Kommen wir auf jeden Fall vor, wie fünf mindestens. Und ja, unterhalten mich ein bisschen mit dem Martin, der ist gut drauf, der Junge. Fit dabei, ist dieselbe Strecke, wie ich gelaufen bisher. Nur am Samstag hat er angefangen, ich am Sonntag. Und ja, da habe ich quasi ihn eingeholt. Wie ich das geschafft habe, weiß ich selber nicht, weil er läuft mir weg bei jeder Steigung. Aber der ist gut drauf, der Junge. Hier ein schöner Eichenwald, wieder mit so Krüppel-Eichen. Ja, und da müssen wir weiter. Ich melde mich dann zur Mittagspause. So, unsere erste Pause. Ich bin im Arsch, der Martin, der ist gut drauf. Der kann noch, der läuft noch ein bisschen nach Wiesbaden heute durch, vermutlich. Ich habe meine Socken wieder ausgezogen, weil ich bin am Schwitzen wie Sau. Wie weit sind wir jetzt gelaufen, Martin, ungefähr? 12, 13 Kilometer. 12, 13 Kilometer, habt ihr gehört? Wahnsinn. Da haben wir ja nicht mehr viel vor uns heute. Ja, da hinten ist der Fernsehturm. Den sehe ich schon drei Tage lang. Hoffentlich bald nicht mehr. So, noch 4,1 Kilometer. Ja, und danach geht es weiter. Ne, warte mal, ich habe ja noch 11,2. Ja, das ist noch absolut schaffbar, ne? 11,2, das ist ja, wir haben ja gerade mal 12 Uhr. Da habe ich jetzt noch 7 Stunden Zeit, um 11,2 Kilometer zu laufen. Das ist ja... Ich weiß nicht, ich muss echt schauen, ob die Angaben immer stimmen. Ja, das ist schon ein bisschen mysteriös. 0,6, dann müssten wir ja schon an Osterkamp vorbei sein. Irgendwie komisch. Bei meinem Tor ist mit 22 gekennzeichnet. Und so komme ich auf 8, genau. Also ich nehme ja jetzt zwei Etappen, die sind jeweils 14,5. Also müsste ich knapp 30 laufen. Aber wenn die jetzt nur noch 11,2 Kilometer sind, dann kann das ja irgendwo nicht hinhauen. Ne. Deswegen kann man da nicht immer ganz drauf vertrauen. Manchmal haben die zu wenig, manchmal auch zu viel. Komisch, ne? Also wir wollten einmal, also eigentlich vorgestern wollten wir in Lahnstein sein. Haben es dann nur bis Allerheiligenberg geschafft. Ja. Ja. Ja, an sich die Tour. Angegeben waren die mit 25, 28. Ja Martin, erzähl mal. Haben wir dann gesagt, okay wir machen 32 draus. Weil Fluss Minus, musst jetzt im Hotel, musst hoch, runter. Ja. Und dann kam ja bei 35 schon an, sind gerade mal alle Heiligenberg gewesen. Und da haben wir uns auch schon gesagt, da tun die Füße weh. Da hat der Martin recht. Aber wandern macht Spaß. Ganz genau. Wandern macht Spaß. Und da hat der Maen inventFi. ganz gut gefragt. glue bei Null ist das, was wir gestern liegen. ium Ja, der Martin verlässt mich jetzt. Er geht jetzt nach Kampbornhofen. Da hat er sein Hotel gebucht und ich gehe noch weiter und suche mir irgendwo eine Schlafstätte. Tschüss Martin, mach's gut. Ciao, habt Spaß gemacht. Vielleicht sieht man sich nicht. Ciao. Ciao. Ciao.